Utthita, Vivekasana, ist die aufgerichtete Stellung der Unterscheidung. Im Stehen gib die Arme übereinander und kreuze so die Arme. Du kannst dabei entweder die Hände in die Ellbogen geben oder auch die Hände an den Brustkorb. Und dann bleibe dort ruhig, schließe die Augen und atme ein paar Mal. Utthita heißt stehen, Viveka heißt Unterscheidung. Das soll heißen, manchmal ist es gut, eine Weile zu warten und in die Ruhe zu gehen. Zu viele Menschen, wenn sie etwas hören oder etwas gesagt bekommen, sind gleich auf 180. Nicht umsonst sagt man ja auch, es ist das Jahr 2019. Wir leben gerade seit 2010 in einer Empörungskultur. Menschen regen sich über alles Mögliche auf. Viveka wäre die Unterscheidungskraft. Wenn du etwas Gutes bewirken willst, dann kann es manchmal gut sein. Bleibe eine Weile einfach ruhig. Und die Arme übereinander geben soll so ein bisschen ausdrücken. Gib nicht gleich deinen Emotionen Ausdruck. Warte etwas ab. Konzentriere dich nach innen. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Halte aber die Wirbelsäule aufrecht. Die yogische Einstellung wäre nicht, einfach alles hinzunehmen und dich zu beugen und dich ganz klein zu machen. Obgleich auch das manchmal hilfreich ist. Manchmal ist es gut, etwas zurückzutreten, nach hinten zu gehen und dabei aufgerichtet zu bleiben. Utita Vivekasana soll also heißen, behalte deine Würde. Warte ab. Übe Unterscheidungskraft. Und dann tue das, was nötig ist. Menschen regen sich zu schnell auf und bewirken damit wenig. Manchmal ist es gut, du könntest überlegen, worum geht es hier? Was will ich erreichen? Welche höheren Anliegen sollten berücksichtigt werden? Dann überlege, wie kannst du das tun? und ein Handler geschickt.